Hänsel und Gretel Ein Holzfäller wohnt mit seiner Frau und seinen zwei Kindern im Wald. Der Junge heißt Hänsel und das Mädchen heißt Gretel. Die Familie hat nur wenig Geld. Die Familie ist arm. Sie haben oft nicht genug zu essen. An manchen Tagen können sie nicht einmal Brot kaufen. In der Nacht kann der Vater nicht schlafen. Er hat Sorgen und spricht mit seiner Frau. Frau, ich habe Sorgen. Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Wir haben nichts zu essen. Wir haben kein Geld. Wie können wir unsere Kinder ernähren? Die Frau überlegt und antwortet ihm. Mann, ich habe einen Plan. Morgen ganz früh gehen wir mit den Kindern in den Wald. Wir gehen weit in den Wald hinein und machen für die Kinder dort ein Feuer. Wir geben Hänsel und Gretel ein Stück Brot. Dann gehen wir arbeiten und lassen sie am Feuer zurück. Nach unserer Arbeit gehen wir nach Hause. Der Holzfäller möchte seinen Sohn und seine Tochter eigentlich nicht allein im Wald lassen. Die wilden Tiere sind gefährlich. Aber die Frau sagt, das Essen reicht nicht für Hänsel, Gretel, dich und mich. Wir verhungern alle. Es gibt keine andere Möglichkeit. So spricht sie die ganze Nacht. Der Holzfäller ist traurig, aber er stimmt zu. Der Vater und die Stiefmutter schlafen. Die zwei Kinder können auch nicht schlafen. Sie sind hungrig. Sie hören die Stiefmutter und den Vater sprechen. Gretel weint. Sie hat Angst. Aber Hänsel tröstet seine Schwester. Er geht leise vor das Haus. Der Mond scheint. Auf dem Weg sind Kieselsteine. Sie glänzen im Mondlicht und sehen aus wie Silber. Hänsel sammelt die Kieselsteine und steckt sie in seine Tasche. Er legt sich wieder in sein Bett und sagt leise zu Gretel, Schlaf ein und hab keine Angst. Alles wird gut. Ganz früh vor Sonnenaufgang weckt die Stiefmutter die Kinder. Sie sagt zu Hänsel und Gretel. Sie sagt zu Hänsel und Gretel, steht auf, ihr Faulenzer. Wir gehen in den Wald. Wir holen Holz. Sie gibt jedem Kind ein Stück Brot. Die Familie geht in den Wald. Auf dem Weg bleibt Hänsel immer wieder stehen, guckt zum Haus und wirft Kieselsteine auf den Waldboden. Der Vater und die Stiefmutter wundern sich, aber sie sehen die Steine nicht. Mitten im Wald bleibt der Vater stehen und sagt, Hänsel, Gretel, ich möchte ein Feuer für euch machen. Ihr müsst Holz sammeln. Die Kinder kommen mit dem Holz zurück. Die Kinder kommen mit dem Holz zurück. Der Vater macht ein Feuer und sagt zu Hänsel und Gretel, ihr könnt euch ausruhen und wir gehen Holz hauen. Später kommen wir wieder und gehen zusammen nach Hause. Die Kinder sitzen am Feuer und warten. Zum Mittag essen sie ihr Brot. Der Vater hat einen Ast an einen dünnen Baum gebunden. Der Wind schlägt den Ast hin und her. Die Kinder hören das Geräusch. Sie denken, dass der Vater im Wald arbeitet und Holz haut. Aber der Vater und die Mutter arbeiten nicht. Sie sind schon lange zu Hause. Die Geschwister warten sehr lange, sind müde und schlafen ein. In der Nacht wachen sie auf. Es ist dunkel. Gretel hat Angst und weint. Hänsel, wo sind unsere Eltern? Es ist so dunkel. Ich habe Angst. Es ist kalt und wir können den Weg nicht finden. Aber Hänsel tröstet sie und sagt. Gretel, bitte weine nicht. Gleich scheint der Mond. Dann ist es hell und wir finden den Weg nach Hause. Der Mond scheint und die Kieselsteine glänzen im Mondlicht. So finden sie den Weg nach Hause. Sie gehen in das Haus und sind glücklich. Der Vater freut sich sehr und ist glücklich. Die Stiefmutter schimpft. Ihr bösen Kinder, warum kommt ihr so spät nach Hause? Nach einiger Zeit hat die Familie wieder nichts zu essen. Die Stiefmutter spricht mit dem Vater. Sie möchte die Kinder wieder in den Wald bringen. Aber diesmal möchte sie mit den Kindern noch tiefer in den Wald hineingehen. Die Geschwister hören die Eltern. Hänsel steht auf. Er möchte wieder Kieselsteine sammeln. Aber die Stiefmutter hat die Haustür verschlossen. Er kann nicht aus dem Haus. Am Morgen weckt die Stiefmutter die Kinder. Sie gibt Hänsel und Gretel wieder ein Stück Brot. Aber es ist sehr klein. Die ganze Familie geht in den Wald. Sie gehen sehr lange und sie sind bald tief im Wald. Hänsel zerbröckelt sein Stück Brot in seiner Jackentasche in kleine Brocken und wirft die kleinen Brocken heimlich auf den Waldboden. Die Stiefmutter sagt zu den Kindern, wir gehen in den Wald und hauen Holz. Aber sie gehen nach Hause und kommen am Abend nicht zu den Kindern zurück. Gretel und Hänsel teilen das Brot von Gretel und schlafen. In der Nacht erwachen sie, aber es ist dunkel. Gretel hat Angst. Hänsel tröstet sie und sagt, wir warten noch ein bisschen. Gleich scheint der Mond. Dann finden wir den Weg. Der Mond scheint, aber sie finden keine Brocken. Die Vögel im Wald haben sie gefressen. Hänsel sagt zu Gretel, du musst keine Angst haben, Gretel. Wir finden den Weg. Sie suchen den Weg. Sie gehen die ganze Nacht. Sie haben Hunger, sie sind müde und legen sich unter einen Baum und schlafen. Am nächsten Morgen suchen sie weiter. Sie laufen immer tiefer in den Wald, aber sie verlaufen sich immer mehr. Mittags sehen sie einen kleinen weißen Vogel. Er singt wunderbar und zeigt den Kindern einen Weg. Hänsel und Gretel kommen zu einem kleinen Haus. Das Haus ist ein besonderes Haus. Es ist wunderschön. Es ist bunt und duftet wunderbar. Alles an dem Haus ist essbar. Die Wände sind aus Brot, das Dach ist aus Kuchen. Und die Fenster sind aus hellem Zucker. Die Fensterläden und die Tür sind aus Lebkuchen. Mandeln schmücken die Tür und die Fensterläden. Aus dem Schornstein steigt Zuckerwatte auf. Hänsel und Gretel sind hungrig. Ihnen läuft das Wasser im Mund zusammen. Sie probieren den Kuchen, das Brot und naschen auch von dem Zucker. Plötzlich hören sie eine Stimme aus dem Haus. Kmusper, kmusper, kmeuschen. Wer knuspert an meinem Häuschen? Die Kinder antworten. Der Wind, der Wind, das himmlische Kind. Dann essen sie weiter. Hänsel ist ein Stück Kuchen vom Dach und Gretel ist eine Fensterscheibe aus Zucker. Die Geschwister sind sehr glücklich. Alles schmeckt sehr gut. Plötzlich kommt eine alte, hässliche Frau aus dem Haus. Sie ist sehr alt und hat zwei Krücken. Hänsel und Gretel bekommen einen großen Schreck. Die alte Frau wackelt mit dem Kopf und lächelt freundlich. Sie sagt zu den Kindern. Hallo, liebe Kinder. Woher kommt ihr denn so spät? Kommt in mein Haus und bleibt hier. Habt keine Angst. Hänsel und Gretel gehen in das Haus, denn sie sind müde und hungrig. Sie haben ein bisschen Angst, aber die Frau ist sehr freundlich. Die alte Frau gibt den Geschwistern gutes Essen. Die Kinder trinken Milch, sie essen Äpfel, Müsse und Pfammkuchen mit Zucker. Nach dem Essen sind die Kinder müde und möchten schlafen. Die alte Frau zeigt den Kindern zwei schöne, saubere und bequeme Betten. Hänsel und Gretel gehen ins Bett. Sie sind sehr glücklich und zufrieden und schlafen sofort. Die alte Frau beobachtet die Kinder, kichert leise und boshaft. Die Frau ist keine freundliche Großmutter, sie ist eine Hexe. Sie verstellt sich, denn sie ist nicht freundlich, sie ist böse. Mit dem schönen Haus aus Brot, Lebkuchen, Zucker und Kuchen möchte sie viele Kinder zu sich jucken. Sie tütet diese Kinder und isst sie dann. Das will sie auch mit Hänsel und Gretel machen. Am nächsten Morgen steht sie früh auf und packt Hänsel. Sie bringt ihn in einem kleinen Stall mit einer Gittertür und sperrt ihn dort ein. Hänsel schreit, aber es nützt nichts. Dann weckt sie Gretel und schreit böse, steh auf. Hol frisches Wasser und koch für deinem Bruder etwas Gutes. Er sitzt im Stall und er soll schön fett werden. Dann kann ich ihn endlich essen. Beeil dich, du faulen Zerrin. Gretel weint und ist sehr traurig. Aber sie muss nun jeden Tag Wasser holen und kochen. Und jeden Tag bekommt Hänsel sehr gutes Essen. Morgens geht die Hexe immer zum Stall und ruft. Hänsel streckt deinen Finger durch das Gitter heraus. Ich will fühlen, ob du schön fett bist. Hänsel streckt aber nicht seinen Finger durch das Gitter. Er nimmt einen kleinen Knochen. Alle Hexen haben schlechte Augen und darum bemerkt die Hexe das nicht. Aber sie staunt, denn Hänsel wird nicht dicker. Sie ist ungeduldig. Sie wartet vier Wochen, jeden Tag kontrolliert sie den Finger. Jeden Tag fühlt sie den Knochen. Dann sie will nicht mehr warten. An einem Morgen sagt die Hexe wütend zu Gretel. Gretel, beeil dich und bring Wasser in die Küche. Hänsel ist noch nicht dick, aber das ist mir egal. Ich schlachte ihn morgen. Gretel weint und weint. Aber die Hexe hat kein Mitleid. Am nächsten Morgen muss Gretel wieder Wasser holen und das Feuer im Herd anzünden. Die Hexe und Gretel gehen vor das Haus. Dort zeigt die böse alte Frau auf den Backofen und sagt zu dem Mädchen, wir brauchen auch den Backofen. Wir wollen Brot backen. Das Feuer brennt, aber du musst die Temperatur kontrollieren. Wenn die Temperatur gut ist, backen wir das Brot. Die Hexe hat einen schrecklichen Plan. Gretel soll im Ofen braten. Danach will sie Hänsel töten. Gretel bekommt Angst. Aber sie nimmt ihren Mut zusammen und sagt, wie soll ich das machen? Wie komme ich denn in den Ofen hinein? Du dumme Gans, muss ich dir denn alles zeigen? Schimpft die Hexe. Sie steckt den Kopf in den Backofen. In diesem Moment gibt ihr Gretel einen Stoß und die Hexe rutscht in den heißen Ofen. Gretel macht die eiserne Tür zu und schiebt den schweren Riegel vor die Tür. Aber es nützt nichts, sie verbrennt im Ofen. Gretel läuft zu ihrem Bruder. Sie öffnet die Stalltür und umarmt Hänsel. Beide sind sehr glücklich, denn nun sind sie frei. Sie haben keine Angst mehr und gehen in das Haus der Hexe. Sie schauen sich um und finden überall Kisten mit Perlen und Edelsteinen. Davon nehmen wir etwas mit nach Hause, Hänsel. Dann sind wir reich und haben immer genug Geld. Du hast recht, Gretel, aber danach gehen wir schnell nach Hause. Ich möchte aus dem Hexenwald heraus. Hier ist es nicht schön. Ich habe noch immer ein bisschen Angst. Sie machen sich auf den Weg nach Hause, sie gehen und gehen. Nach einiger Zeit sehen sie am Waldrand das Haus des Vaters und der Stiefmutter. Sie rennen zum Haus und gehen hinein. Der Vater sitzt am Ofen und sieht sehr traurig aus, denn er vermisst seine Kinder. Er macht sich seit langer Zeit große Vorwürfe. Er bereut, dass er die Kinder in den Wald gebracht hat. Die Stiefmutter lebt nicht mehr. Hänsel und Gretel umarmen den Vater, alle sind sehr froh und glücklich. Gretel und Hänsel zeigen dem Vater die Perlen und die Edelsteine. Nun sind sie reich. Alle Sorgen haben ein Ende und sie leben froh und glücklich weiter zusammen.